Hallo zusammen, zum heutigen Witz passt ausgezeichnet die Musik aus der französischen Landeshauptstadt. Tango, Pariser Tango, so ein Witz, der muss nicht lang gehen. Max ist nämlich mit dem Vater in der Apotheke gestanden. Er sagt, du Papi, darf ich so eine Kaugummi tun? Der Vater sagt, das ist kein Kaugummi, das ist ein Kondom. Er sagt, was ist das ein Kondom? Er sagt, das musst du noch nicht wissen. Du bist noch viel zu jung, aber wenn du eine Freundin hast, den musst du so Sachen kaufen. Er sagt, Max, aber Papa, da ist ja nur eins drin. Er sagt, das ist ein Starterpack. Für einen Jungen, so ein bisschen zum Ausprobieren. Er sagt, Max, aber Papa, oben an ist eine Dreierpackung. Er sagt, ja, eine Dreierpackung ist, wenn du mit der Freundin einiges ein Weekend machst. Du musst eins haben für den Freitag, eins für den Samstag und eins für den Sonntag. Er sagt, Max, Papa, Papa, oben an ist sogar eine Sechserpackung. Er sagt, der Vater sagt, das ist, wenn die Familie daheim kommt. Weisst du, nach drei Wochen WK, da brauchst du schon gerade zwei für den Freitag und zwei für den Samstag und noch zwei für den Sonntag. Er sagt, der Junge, du Papi, Papi, ganz hinten ist sogar eine Zwölverpackung. Und der Vater sagt, ja, das ist erst, wenn du geheiratet bist. Eins für Januar, eins für Februar, eins für mehr. Schöne Woche, ciao miteinander. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht. Und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir. Bis dass der Morgen erwacht.